Ja, liebes Kind, ich bring Sie nach Hause. Lord Edward und der Fürst bleiben ja noch hier. Sie haben wieder getrunken, Stani. Schämen Sie sich. Nicht viel, Mary. Seien Sie mir nicht böse. Gestatten Sie. Bitte. Wetter. Heizig-Monopol. Aber bitte, Edward, nicht diesen grässlichen Heizig. Der Marquis ist Franzose. Garçon Pomry-Grain-Obris. Marquis, ich muss Ihnen etwas komisches erzählen. Sie kennen ja den Russen Donetsk. Können Sie ihn nicht? Können Sie ihn nicht? Er ist ja für kurze Zeit beheiratet. Und Sie lieben sich sehr. Und neulich hatten Sie im Haus einen neuen Wodka. Und es war schon Mitternacht. Sie waren schon ganz ausgezogen. Und kurz betrinken. Nicht? Und plötzlich behauptet die Frau dieser Wodka sein, kein Wodka, sondern Whisky. Und natürlich, das war Wodka, nicht? Und nun, der Donetsk lacht zuerst, aber der Wetter wild. Er war ganz wild. Er hat den Hundepeitschen. Und die Frau, ganz splitternackt, springt zum Fenster hinaus. Aber jetzt kommt das Amüsanteste. Am nächsten Morgen konnten Sie sich überhaupt an nichts mehr erinnern. Und das war doch Whisky. Hallo, Wetter. Heizig Monopol. Das ist ja purer Wahnsinn. Garçon. Garçon, kein Heizig. Marquis, was ich Sie fragen wollte. Sie haben doch sicher schon eine kleine Freundin. Sie ehren sich, Fürst. Sie sind ein Gentleman. Man darf nicht zugeben. Nicht wegen der kleinen Freundin, nein, nein, nein. Aber wegen der Frauen. Verzeihung, Durchlauch. Die Keller sind leider nach 1 Uhr geschlossen. Was? Was hast du da gesagt? Es tut mir leid, Durchlauch. Die Keller sind... Wir sind nicht, wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Guten Abend, meine Herren. Hallo. Bitte, bitte. Bitte, 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 Sie sind mein Gast. Bitte überlassen Sie das mir. Guten Abend. Pardon, Marquis. Wir haben heute Abend getrunken. Melden Sie mich, Lady Falkland. Wir haben heute Abend getrunken. Wir haben heute Abend getrunken. Wir haben heute Abend getrunken.